Das ist ganz kurz gesagt. Im Bossraum sind überall so Bömpkes verteilt, die der Boss immer wieder scharf schaltet. Dann wird so eine ganze Fläche hier, so eine ganze Drachenschuppe in Feuer gehüllt, wie ihr das künstlerisch sehr wertvoll dargestellt seht. Ja, Feuer nie so gut, nicht reinlaufen. Zusätzlich hat der Boss einen Knockback, das heißt ihr müsst auch generell mal ein bisschen gucken, wo ihr steht, wenn ihr den castet, damit ihr nicht in so eine Flamme da reingeschleudert werdet. Der Boss selber macht immer wieder welcher scharf. Das können wir nicht verhindern. Es kommen immer wieder Golems, immer 3 Assets, die spawnen und auch durch den Raum laufen und versuchen diese Traps zu aktivieren, damit wir keinen Platz mehr haben. Wir killen die, wenn die Golems sterben, hinterlassen die so Salvage Parts, irgendwelche Gebrauchteile. Die kann man anklicken. Wenn man die angeklickt hat, kann man die aktivierten Traps auch ins Target nehmen und mit dem Extraktionsbutton dann die wieder schließen. Das ist allerdings, das hat eine Kanalisierungs- oder eine Zauberzeit. Da dürft ihr euch nicht bei bewegen. Wichtig ist, dass erst die Mitte gekleert wird. Außen ist erstmal nicht so wichtig. Auf HC kommen noch kleine rote Kreise um ein paar Leute. Also sie kriegen einen Debuff, der halt eben Tickschaden macht für alle, die im Kreis stehen und damit einfach ein bisschen spreaded stehen. Der Boss schmeißt immer wieder 3 Bomben durch den Raid. Die bleiben dann da einfach liegen. Davon bitte fernhalten. Das werden die Tanks übernehmen. Ja, einfach nur fernhalten. Auch aufpassen, dass ihr nicht mit dem Knockback da reingepusht werdet. Die Soft Enrage Mechanik sind die Drachenfeuerstatuen hier an einem Rand. Die aktiviert der Boss immer wieder. Und die hüllen dann einen riesigen Teil des Raums in Flammen. Da dürfen wir nicht drinstehen. Das ist auch wirklich weit. Und ihr müsst da ordentlich Meter machen, um rauszukommen. Und jedes Mal aktiviert er eine mehr. Und deshalb wird uns irgendwann der Platz ausgehen. Ja, das war's.